So, was haben wir denn hier? Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre ein böse Macht im Schloss. Oder will ich mir das nur ein? Ach, war das klar. Vati! Who's your daddy? Na du, wer bist du? Du bist Vati. Wie bist du hergelangt? Der König bleibt einfach ganz gechillt auf seinem Thron, so, ich bin's. Ah, was tust du da? Hm, ich wehre mich überhaupt nicht. Ja. Okay. Es sind alle anwesend, der König von hierzu will, nur zu uns sprechen. Ja, du wirst von dem vorerst, dass uns die Menschen übertragen haben. Ja, genau, gesenktlose Zauberkraft, vorerst auch goldes Licht genannt. Ich will es haben, es muss irgendwo in die Ruhe sein. Ihr macht euch jetzt alle auf und sucht das vorerst. Zählt nicht langes um, los, sucht das vorerst. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht ganz Jutruel bis in seinen letzten Winkel. Der König hat sich verändert, warum nur? Hm, ich hab so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen, der Karte zu voll ist, wie ganz nah das Hand. Ach, ich lass die Rabe einfach. Yeah! Und yeah! Ja, 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 ja. Dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Da können wir auch irgendwas mit Fragmenten machen. Ja, gegen euch will ich schon irgendwie kämpfen. Ich weiß nicht, warum. Aber ihr seid... Ja, ihr erinnert mich so an Wind Waker. Und da geht ihr mir voll auf die Eier. Deswegen muss ich euch leider hier auch in diesem Spiel zerstören. So, okay, da geht's weiter. Aber ich möchte kurz noch mal gucken, was ich hier unten machen kann. Hier haben wir ein Haus. Das ist schon mal sehr schön. So, du bist ein Bogen, Schütze. So, Glücksfragment erhalten. Gehen wir noch weiter nach... Ah, ich hab mir den Bogenkrank kaufen können, ne? Ja. Ja, 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 ja. Oh, hier kann ich mich klein machen. Ähm... Ja, machen wir mal. So. Und wen haben wir hier? Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt. Aber es wächst nicht. Hä? Ach so, da. Ja, was soll ich jetzt machen? Äh, ich glaub, das hilft nicht. Na, ich hab das vergessen mit den Bohnen. Keine Ahnung. Ähm, ich werd jetzt trotzdem doch erstmal wieder zurück in die Stadt gehen. Ich hab ja jetzt ja diese Abkürzung. Wird mich nicht zu viel Zeit kosten. Denn ich möchte mir doch den Bogenkrank holen. Denn ich kann sowieso grad nicht sehr viel mehr Geld tragen. Wärts ja gesagt, ich kann überhaupt kein Geld mehr tragen. Oh. Deswegen... Macht das schon Sinn. So, war der Laden hier? Nein, das war doch hier. Dipp, 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 dipp. Ein Bohnen-Sang, das macht so... Ja, der grüßt hier bei... Ja. Yeah. Danke, dass du so viel Schubi ausgegeben hast. Kein Ding. So, gibt's hier noch was? Nein. Dann werden wir den gleich mal ausfisten. Und dann weitergehen. So, praktisch, dass ich jetzt hier lang kann. Sorry. Und... Nun können wir hier weiter. Was steht denn überhaupt hier drauf? Geime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Aha. Die hab ich auch. Voll. So, das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Stehe nicht drum. Los, hey, ist vorwärts. Weiter geht's. Äh... Ich glaub, das schaff ich nicht darüber. Joa. Puh, das kann man den Sof offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Äh. Äh. Ja, wo krieg ich die denn? Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich die bekomme. Die Pegasus-Stiefel. Hm. Wie war das mit der Bohne? Aber das... Das hilft mir jetzt. Hä? Äh, wo kommt die Peer so Stiefel? Ach, ist doch doof, wenn man nicht weiter weiß. Ha, 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 ha. Hm. Hm, hm. Irgendwas hab ich übersehen. Irgendwas hab ich übersehen. Ich werd in der Stadt was erledigen. Ein paar Sachen. Hab jetzt sowieso ein bisschen Zeit. Komm. Achso, du willst auch? Ja. Okay. Äh. Äh. Da passt leider nix. So, aus dem Weg. Hier, du willst. Du willst. Ja. Das ist doch schön. Herr Glücksbeutel. Keine Ahnung, wo das war. Das ist auch nur ne Tour. Ach, das ist... Wow. Wie komm ich denn da hin? Ähm. Ich glaub... Ich krieg... Ich krieg, äh... Ah, ich weiß, wo ich die bekomme. Ah, ha, ha, ha. Ich weiß, wo ich die bekomme. Ich weiß, wo ich die bekomme. Aber wir werden trotzdem das erstmal erledigen. Ich kann jetzt eigentlich schon so viel erledigen hier. So. Ach, jetzt kann ich da mit dem... Ja, ne, versteh ich nicht. Okay. Wo ist der Schuhladen? Natürlich, der Schuhladen. Mann, 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 Mann. Hm? What the fuck? Nicht schlafen, Junge. Gön. So. Geh mich hoch. Und hallo, ihr kleinen Minish. Ah, bist du vielleicht, Haze? Der Mensch für den Mälter? Der Schwellen überarbeitet hat. Du bestand das Abenteuer, um selber zu setzen, nicht wahr? Toll siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen. Aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Du brauchst Plägerstiefel? Das ist richtig gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht. Als Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuh noch den letzten Schliff geben. Wenn Schlafen zu schlimm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken? Solltest du mal zum Laden der Hexe-Sisop gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Hm. Okay. Okidoki. Die waren witzig. Diese Minish. Hallo. Hey. Ach, ich mag die Minish. Äh. Ach, hier. Du warst auch so ein... Oh, hallo. Es ist stets eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tüte. Du kannst die in Flasche mitnehmen. Das ist beziehungsweise Glück. Die ist eine letzte Flasche. Wenn du die Minish neun tüten, dann fülle ich die Flasche rein. Aha. So, kann ich hier irgendwo noch Fragmente... Oh, hier kann ich überall alles was machen hier. Und da kann ich mit dem Geist sprechen. Und dann kann ich hier mit der... Und hier drin kann ich... Oh, es scheint niemand hier zu sein. Vielleicht haben wir... Okay. Ach, dann gehen wir jetzt einfach erstmal zum... Äh... Zum Wald und erlegen das erstmal. Ach so, Postbote. Die, 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 die... Die, 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 die... Die, 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 die... Die, 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 die... Briefsträger, ja, blablabla. Hm. Jetzt kommen wir mal diese Bücher, oder was war das? Die mir überhaupt nichts bringen. Ich möchte den Menschen noch nützlicher sein. Ja, ich werde Magnus mit ein Buch zu schreiben. Damit wir stärker werden und die Unruhe besiegen können. Ich werde noch mehr arbeiten müssen. Weil Fried wird mir helfen müssen. Ja, ja, ja. Macht ja aber noch mehr Spaß. Ja, blablabla. Ich komme nicht vorbei, weil du mir den Weg versperrst. Geil. So, du keine Fragmente. Nein. Du vielleicht. Nein. Okay. Och, Mann. So. Was haben wir denn hier oben eigentlich? War ich hier oben schon? Ja, ich glaube schon. Hallo, Leute. Lass mich in Ruhe. Da hoch kann ich auch. Aber da war ich, glaube ich, schon. Da geht's, äh... Mach. Blöd. Ich wollte dich gar nicht drücken. Wir gehen hier weiter drunter. Ich... So, was haben wir denn hier? Äh... La, la, la. Ach, herrje. Wir wollen doch in die Stadt London Milch verkaufen. Ja, ja, bla, bla, bla. Die Tür ist zu und der Schlüssel weg. Hm, 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 hm. Was für ein Dilemma. Ja, wahrscheinlich kann ich jetzt hier und... ...da und dann... Machen wir mal. Ich bin ja nicht so. So. Ähm, wow. Foto-Horin. Ah, da ist der Schlüssel. So. Und dann gehen wir hier... Na, können wir nicht machen. Natürlich nicht. Sonst merken wir ja noch so... Wie bist du in unser Haus gekommen? Du musst ein Minnisch sein. So. Und dann... So. Ach, hier, wir wollen doch in die Stadt... So, hier. Hier ist der Schlüssel. Oh, wahrhaftig. Der Schlüssel zu farmen. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast. Aber egal. Vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Hä? Aha, ein guter Name. Wenn du zum Miljasee willst, kannst du gerne durch unser Haus gehen. Vielen Dank. Hey, es kommt bald wieder mal vorbei. Ich will eine Flasche von euch. So. Du hast uns vorhin sehr geholfen. Zumindest geht es aufschätzen, wenn ich jetzt noch von unser Farm. Ich will nicht zur Frühjahrsee... Oder doch? Ach so, da kann ich mich wieder klein. Da kann ich das machen. Ich bin mir gerade selbst nicht so sicher, ob das... Ich glaube nämlich doch, dass das richtig ist. Denn die Hexe ist da unten. Und ich glaube, da komme ich nur hin, wenn ich... Ja, ich glaube, das ist richtig. Ähm... Ja... Keine Ahnung. Schau mal kurz hier nach. Ja, hier kann ich überall fliegen. Ach, manchmal kann ich so viel schon erledigen. Nein, 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 nein. Machen wir das erstmal. So. Machen wir das. Und dann gehen wir hier hoch. Da kann ich mich klein machen lassen. Und dann kann ich da rüber... Ach, Mann. So viele optionale Sachen. So. Hier ist auch ein Glücksfragment bestimmt drin. Ja. Das war ziemlich klar. Ah, hier ist nichts mehr. So, nur für ein Glücksfragment konnte ich jetzt hier rüber. Das ist aber ziemlich lame. So, ich frage mich. Ja, wir gehen erstmal hier rüber. So. Gehen wir hier hoch? Äh. Kein Plan. Ach, kann ich da rüber... Nee, das glaube ich nicht. Das ist ziemlich weit. Ich will erstmal mich hier jetzt umschauen. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, also. So, du bist kaputt und... Hallo. Wow, wow. So. Mein Herrchen Aya kommt immer zu spät nach Hause, Winsel. Fragmentverein, woher probieren wir es? Wieso habe ich die falschen Fragmente immer? Egal. So. Äh, ich kann nicht schwimmen. Was haben wir denn hier? Auch so verdächtig. Aber ich glaube, hier kann ich nichts... Nichts machen. Nee. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Ich frage mich, wofür dieser... Damit ich da rüber kann. Aber das macht keinen Sinn, oder? Wo ist denn jetzt eigentlich hier Dings? Wie heißt die denn nochmal? Hier, diese Epola-Tussi. Oh, ich habe den Namen vergessen. Achso, dann kann ich da rüber... Ja, 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 ja. Nein. So, was habe ich hier? Hm, ist leer. Hä, was seid ihr denn für welche? Ja, 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 komm. Warum war ich hier noch nicht? Das sah ich mich gerade. Ich habe dich,ỡ Gipne. Ich bin mir國家аешь. Wollt-E JAThat. Und zwar jetzt an Sale. Ich bin es collar hier auch momentan. Ich bin ganz kitzelt. Wollt-Eștiensено. Und jetzt mit ihm mit E-Gitelnить. Und das auch die andere, die bleibt habe ich mich irgendwo.